Hallo, heute gebe ich euch Tipps, wie ihr es schafft, mehr zu lesen. Lesen ist ja kein Wettbewerb. Also jeder liest im eigenen Tempo und wenig lesen ist auch völlig in Ordnung und selbst viele Leser dürfen Phasen haben, dürfen Phasen haben, in denen sie nicht so viel lesen. Das ist natürlich total subjektiv. Aber für diejenigen, die gerne mehr lesen wollen würden, habe ich jetzt mal so zusammengestellt, was meine Tipps wären, beziehungsweise ich habe auch mein eigenes Leseverhalten beobachtet und geguckt, was sorgt denn eigentlich dafür, dass ich so viel lese, weil ich ja wirklich doch auch echt eine Vielleserin bin. Kein Maßstab, aber vielleicht können euch meine Tipps irgendwie weiterhelfen, wenn ihr Lust habt, euer Lesepensum ein bisschen hochzufahren. Wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Es sind keine Geheimtipps, es sind keine absolut innovativen Ideen. Es sind Dinge, die bei mir funktionieren und bei denen ich vor allen Dingen in anderen Booktube-Videos häufiger höre, dass das auch bei anderen ganz gut funktioniert. Also der erste Tipp ist, das Lesen zu priorisieren. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, der Wink mit dem Zaunfall. Also eindeutiger kann es kaum sein. Wenn man das Lesen nicht priorisiert und dafür Raum schafft und sich Zeit nimmt, dann wird man einfach nicht mehr lesen. Also das Lesen zu ritualisieren vielleicht sogar, also sich einen bestimmten Ort zu schaffen, an dem man liest, oder eine bestimmte Zeit am Tag einzurichten, an der man alles andere schon erledigt hat und sich kurz dafür Zeit nimmt, das muss gar nicht lang sein. Am Anfang vor allem, also der Einstieg, das kann mal eine Viertelstunde sein oder so. Aber ja, das Lesen sozusagen auf die Agenda zu setzen, das sorgt automatisch, vor allen Dingen nach ein paar Wochen, in denen man das irgendwie so verinnerlicht hat dafür, dass man mehr liest. Das beinhaltet natürlich auch, dass man auf etwas verzichtet, was normalerweise die Zeit des Lesens füllen würde. Also zum Beispiel Fernseh gucken, das mache ich gar nicht mehr und irgendwoher muss die Zeit ja kommen, in der man liest. Also auf irgendwas wird man stattdessen verzichten müssen und das muss man abwägen. Stundenlanges Scrollen auf Instagram oder sonst irgendwo ist auch so ein Zeitfresser, den man normalerweise mit Lesen füllen könnte. Und irgendwann, wenn man das ein paar Mal geübt hat, zu merken, oh, ich scrolle gerade schon wieder seit Stunden, irgendwann wird das so verinnerlicht, dass man, egal in welcher Situation, denkt, ha, eigentlich könnte das gerade Lesezeit sein. Und dann, wenn sich das Mindset so ein bisschen verändert hat, dann nimmt man sich auch automatisch immer mehr Zeit. Der zweite Tipp sind verschiedene Formate. Auch das ist nichts völlig Innovatives als Tipp. Ich mache das vor allen Dingen so, dass ich ein Buch selbst lese, mindestens immer ein Buch parallel und ein Hörbuch parallel höre. Und vor allen Dingen dadurch, dass ich viel digital lese, also als E-Books, habe ich auch immer ein Buch dabei. Und mit Hörbüchern kann man natürlich die Lücken zwischendurch füllen. Also die E-Books hat man immer dabei. Und es ist wirklich bei mir so, wenn ich nur zehn Minuten mit der Straßenbahn fahre, ist der Griff zum Handy mit der Kindle-App so in mir drin, dass ich die zehn Minuten nutze, ein paar Zeilen zu lesen. Und das Hörbuch füllt ähnlich jeglichen kleinen Zeitraum zwischendurch. Wenn ich irgendwo hinlaufe und mit den Augen gucken muss, wo laufe ich denn, aber die Ohren frei habe, dann kann ich natürlich ein Hörbuch hören. Wenn ich koche, wenn ich bügele, wenn ich aufräume, wenn ich einfach so Aufgaben mache, bei denen ich mein Gehirn nicht wirklich brauche, dann ist bei mir eigentlich immer ein Hörbuch im Ohr. Und so gibt es wenig Situationen am Tag, in denen ich nicht irgendwie Multitasking mache und entweder ein Buch gerade lese oder ein Buch höre. Und auch wenn ich persönlich das nicht mehr so mache, würde ich auch sagen, dass physische Bücher, also die drei Formate E-Book, Hörbuch und physisches Buch, die haben jeweils einen anderen Stellenwert. Also zum Beispiel könnte man sich auch das physische Buch dann einfach als was Besonderes vornehmen. Das ist dann nichts, was man zwischen Tür und Angel liest oder so. Ja, ist so meine Überlegung, auch wenn ich selber das nicht mehr mache. Aber unterschiedliche Formate zu haben, sorgt dafür, dass es wenig Leerlauf am Tag gibt, der plötzlich ungenutzte Lesezeit ist. Dann gibt es einen riesigen Block an Tipps, wo es darum geht, nochmal genauer zu überlegen, was für ein Typ seid ihr. Und je nachdem, wenn ihr herausgefunden habt, was für ein Typ ihr seid, könnt ihr eure Leseroutine und euer Leseverhalten nochmal überdenken und anpassen, was automatisch dafür sorgen wird, dass ihr mehr lest, weil es eher eurem Typ entspricht, wie ihr das Lesen gestaltet. Das Erste ist, ihr solltet überlegen, seid ihr eher ein Launenleser oder ein Listenleser. Ich glaube, ich bin so ein Mittelding, aber was ich darunter verstehe, ist, nehmt ihr euch für einen gewissen Zeitraum Bücher vor, die ihr nacheinander lesen wollt oder guckt ihr nach jedem Buch, was lese ich jetzt als nächstes. Und wenn ihr genau wisst, was für ein Typ davon ihr seid, kann euch das beflügeln. Also zum Beispiel Menschen, die Listen lieben und dieses Abarbeiten gut finden und die sich Ziele setzen und Ambition haben und so weiter, für die funktioniert es total gut am Anfang eines Monats zum Beispiel, eine Want-to-Read-Liste zu machen und zu gucken, normalerweise lese ich vielleicht fünf Bücher im Monat und dann nehme ich mir jetzt schon vor, die fünf werden es in diesem Monat oder so. Und dann fühlt man sich motivierter, diese Liste abzuarbeiten, wenn man der Typ dafür ist. Wenn ihr Listen überhaupt nicht abkönnt könnt und denkt, ich kann doch nicht jetzt schon entscheiden, was ich in vier Wochen lese, dann ist das auch eine Erkenntnis. Und dann wird es euch wahrscheinlich eher hindern, viel oder mehr zu lesen, als ihr gedacht habt, wenn ihr euch so eine Liste macht, weil ihr dann, nachdem ihr das erste Buch vielleicht beendet habt, denkt, jetzt muss ich aus der Liste auswählen, was nehme ich denn jetzt als nächstes und eigentlich habe ich Lust auf was anderes und dann verringert sich euch, verringert sich euer Lesetempo. Ja. Und dann hat die Liste auch nichts gebracht. Und wenn ihr ein Listenmensch seid und euch aber keine Listen macht, also zum Beispiel Want to Reads oder euer Jahreschallenges oder bei thematischen Readathons mitzumachen oder wie auch immer und immer erst nach einem Buch guckt, was lese ich denn jetzt als nächstes, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel euer Sub euch einschüchtert oder eure Wunschliste und ihr gar nicht wisst, oh, aus der Vielzahl an Büchern, was lese ich denn jetzt als nächstes und das sorgt auch wieder dafür, dass euer Lesetempo sich verringert. Ich bin ein Mittelding dazwischen. Ich mache mir lockere Listen, weil ich schon an den Punkt komme, wo ich denke, oh, aus der riesigen Wunschliste kann ich doch jetzt nicht spontan irgendwas aussuchen. Aber die Liste darf für mich auch nicht zu starr sein, um dass ich dann denke, oh, eigentlich habe ich gerade Lust auf was anderes und gestehe mir das dann nicht zu, was anderes auszuwählen. Deswegen würde ich sagen, ich bin so ein Mittelding dazwischen. Ich bin schon auch ambitioniert, bestimmte Projekte abzuarbeiten und deswegen mache ich mir überhaupt auch ein paar Listen. Aber wenn ihr wisst, was für ein Typ ihr seid, Laune oder Liste, dann ist das eine total wertvolle Erkenntnis. Die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, seid ihr eher vom Typ Monokultur oder vom Typ Mischkultur? Seid ihr eher vom Typ her ein Leser, eine Leserin, die ein bestimmtes Genre liest, liebt und ein Buch hintereinander wegliest, ein Buch nach dem anderen hintereinander weglest oder eine Autorin liebt und da einfach hintereinander weglest, bis von der Autorin nichts mehr übrig ist? Das ist dann eher so Monokultur oder seid ihr eher vom Typ Mischkultur, dass ihr nach einem Liebesroman vielleicht eher Lust habt, ach, jetzt Abwechslung und vielleicht ein Thriller oder nach einem kurzen Roman eher zu was Langem greift. Wenn das eine Erkenntnis ist, die ihr fasst, also wenn ihr wisst, was euch eher liegt, auch das wird dafür sorgen, dass ihr grundsätzlich weniger häufig in Leseflauten geratet oder in einem Buch weiterlest, obwohl euch gerade der Sinn nach was ganz anderem steht, ich bin definitiv vom Typ Mischkultur, auch wenn es natürlich schon mal vorkommt, dass ich so irgendwie in so einen Binge gerate, egal ob Liebesromane hintereinander oder eine Autorin hintereinander oder wie auch immer, aber ich merke, dass wenn ich gemischt lese und zwar anspruchsvoll und unterhaltsam, lang und kurz, spannend und emotional, immer schön im Wechsel, dann komme ich nicht in Leseflauten, weil ich immer sofort irgendwie was anderes im Kopf habe, was ich als nächstes lesen könnte, was dann entweder was ganz anderes ist oder mich anders fordert oder wie auch immer, aber wenn das nicht eurem Typ entspricht, sondern ihr wirklich einen Thriller nach dem anderen oder in einer Reihe einfach hintereinander weglesen wollt, dann ist das auch eine total wichtige Erkenntnis. Wir sind immer noch in dem großen Themenkomplex herauszufinden, was für ein Typ ihr seid. Sub und Wunschliste ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, einen großen Sub zu haben, aus dem man sich immer bedienen kann und vielleicht keine lange Wunschliste zu haben, sondern die Bücher stehen schon direkt im Bücherregal, aber auch das kann einschüchtern und auch das kann dafür sorgen, dass ihr eigentlich nicht zu den Büchern greift, auf die ihr gerade Lust habt und dann verringert sich automatisch eure Lesegeschwindigkeit. Also nur mal als Anregung, wenn ihr mit eurem Sub oder eurer Wunschliste zufrieden seid, ist das über, könnt ihr da einfach weiterhören, also müsst ihr jetzt nicht weiter zuhören, während ich das noch ausführe, aber wenn ihr nochmal durch euren Sub geht oder eure Wunschliste scrollt und merkt, sind das eigentlich wirklich Titel, die mich noch interessieren und das aber nicht der Fall ist, dann kann das natürlich dafür sorgen, wenn ihr entscheidet, was lese ich als nächstes, dass ihr erstmal unsicher seid und vielleicht gar nicht so richtig Lust habt, zu einem neuen Buch zu greifen und auch das wird automatisch eure Lesegeschwindigkeit verringern. Im Umkehrschluss natürlich, wenn ihr Bücher, egal ob Sub oder Wunschliste, wenn ihr Bücher vor Augen habt, auf die ihr richtig Bock habt, dann erhöht sich die Geschwindigkeit und ihr lest automatisch mehr. Bei mir ist es wirklich so, dass auch dank der unterschiedlichen Quellen, über die ich Bücher beziehe, es mir gar nicht so schwer fällt, auf meinen Sub zu verzichten. Also Onleihe, Audible, Kindle Unlimited, Script, ja, das sind so meine Hauptquellen und da ist immer irgendwas verfügbar, was ich gerade auf dem Schirm habe oder worauf ich gerade Lust habe und dann fehlt mir das gar nicht, einen ausführlichen Sub zu haben, sondern die Tendenz, dass ich zu einem Buch greife, was jetzt gerade genau meiner Laune entspricht, ist relativ hoch und dadurch erhöht sich dann eben auch meine Lesegeschwindigkeit pro Monat. Okay, das war jetzt der Komplex. Findet heraus, was für ein Typ ihr seid. Der nächste Tipp betrifft das Abbrechen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, ein Buch abzubrechen. Ich weiß, dass das aber eine Typfrage ist. Wenn ihr nicht gut abbrechen könnt, dann zwingt euch nicht dazu. Wenn, ich denke immer, eigentlich ist es vertane Zeit, wenn man ein Buch fertig liest, was einem gar nicht gefällt und es sorgt halt auch dafür, dass man langsamer liest, weil man eben weniger gerne zum Buch greift und weil die Gedanken abschweifen oder wie auch immer. Deswegen bin ich absolut fürs Abbrechen. Aber wenn euch das im Inneren irgendwie Schmerzen bereitet, dann nützt es natürlich nichts, wenn ihr dann ein Buch abbrecht. Es ist auch so, dass Leseproben euch helfen könnten, zu Büchern zu greifen, die euch gut gefallen und was dann automatisch dafür sorgt, dass ihr gerne weiterlest und mehr pro Monat lest. Also in Leseproben mal reinzulesen, um überhaupt erstmal zu gucken, ist das Buch was für mich? Und wenn ihr bei der Leseprobe schon merkt, das ist eigentlich nichts für mich, dann könnt ihr ja auf das Buch verzichten und stattdessen zu einem greifen, was euch mehr liegt und entsprechend mehr lesen. Also Abbrechen und Leseproben sind, glaube ich, ein ganz gutes Werkzeug, zu Büchern zu greifen oder nur noch zu lesen, was wirklich eurem Geschmack entspricht und dann nicht so in Leseflauten zu geraten oder dass sich unbewusst eure Lesegeschwindigkeit verringert. So, jetzt kommen die Insider-Tipps. Das ist wirklich nur was, was mich betrifft und was mir geholfen hat. Das eine ist die Schriftgröße bei E-Books und das andere ist die Geschwindigkeit bei Hörbüchern. Beides dürfte, vor allen Dingen das mit Hörbüchern, dürfte eigentlich keine große Überraschung sein. Das ist ja irgendwie mittlerweile was, was sich rumgesprochen hat, dass es Menschen gibt, die auf der einfachen Geschwindigkeit eines Hörbuchs nicht zuhören können. Deren Gedanken abschweifen, die denken, oh, das ist langweilig, das Buch reißt mich nicht mit und so weiter. Und für die ist die erhöhte Geschwindigkeit natürlich was total Tolles. Und ihr solltet vielleicht auch mal gucken, wie, also wenn ihr ein Buch da habt, was ihr auch als Hörbuch habt, dann guckt doch mal einfach, wie schnell ihr eigentlich lesen würdet. Also lest mal in dem Buch, in eurem normalen Lesetempo und guckt, wie hoch ihr die Geschwindigkeit des Hörbuchs drehen müsstet, damit die Geschwindigkeiten deckungsgleich sind. Da werdet ihr merken, dass ihr, wenn ihr selber lest, deutlich schneller lest, als die einfache Geschwindigkeit bei einem Hörbuch. Und das aneinander anzugleichen, ist ein guter Tipp und man kann das auch trainieren. Das ist natürlich wieder, man muss es nicht trainieren, warum sollte man das trainieren wollen? Aber für die, die es gerne trainieren wollen, ist das möglich. Ich starte häufig Hörbücher in einer bestimmten Geschwindigkeit, meistens auf 1,8. Das ist für mich die unterste Grenze. Also langsamer als 1,8 höre ich nichts mehr. Und dann starte ich bei 1,8 und finde mich erst mal so in die Geschichte rein, in den Sprecher, in die Sprache auch, je nachdem, ob ich auf Englisch oder auf Deutsch höre. Und dann schalte ich so langsam hoch und höre dann erst auf einer etwas schnelleren Geschwindigkeit und schalte dann wieder hoch, bis ich mich eingefunden habe und so weiter. Und das kann man schon auch so langsam hoch trainieren. Irgendwann hört es dann auf, dass man die Geschichte versteht. Aber die Schwelle ist auch bei jedem anders. Also probiert euch da einfach ein bisschen aus. Die Geschwindigkeit bei Hörbüchern hochdrehen hat mich absolut dazu gebracht, mehr im Monat lesen zu können. Und bei der Schriftgröße bei E-Books ist das ehrlich gesagt identisch. Ich lese E-Books in relativ großer Schriftgröße und mittlerweile ist das auch ein Problem, wenn ich physische Bücher lese, weil mir da die Schrift zu klein ist. Und der Effekt, wenn ihr ein E-Book relativ groß lest, ist, dass weniger Wörter pro Zeile sind. Also klar, wenn die Wörter größer sind, ist irgendwann das Display gefüllt und dann wandern die Wörter in die nächste Zeile und so weiter. Und das ist einfacher fürs Auge, wenige Wörter pro Zeile zu erfassen, als viele Wörter pro Zeile. Bei mir ist es dann wirklich so, dass mein Auge nicht jedes einzelne Wort liest, sondern vom Anfang der Zeile in die Mitte der Zeile ans Ende der Zeile springt. Und dadurch, dass da vielleicht nur zehn Wörter stehen, kann mein Auge das erfassen und ich lese praktisch so in so einem Dreierschritt. Und das sorgt natürlich dafür, dass sich meine tatsächliche Lesegeschwindigkeit, nicht nur mein Lesevolumen, sondern meine Lesegeschwindigkeit extrem erhöht. Und das ist auch so ein Insider-Tipp, würde ich mal sagen. Und der letzte Tipp, werdet aktiv in der Bücher-Community. Das kann ein Buchclub vor Ort sein, das kann Bookstagram sein, das kann Booktube sein, das kann ein Goodreads sein, wie auch immer. Und im ersten Moment wird das vielleicht eine Überforderung werden. Also man muss sich erst mal orientieren, was für Menschen sind hier unterwegs, was für Bücher werden gelesen. Man muss auch irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, will ich wirklich nur die gehypten Sachen lesen oder nicht. Aber sobald man in einer bestimmten Community ist, die genauso Bücher liebt wie ihr, wird sich euer Lesevolumen erhöhen. Weil es Spaß macht, über Bücher zu lesen, weil ihr immer über Bücher hört, die euch potenziell interessieren. Und irgendwie kriegt das dann so eine Eigendynamik, je mehr ihr lest, desto mehr habt ihr, über das ihr sprechen könnt in der Book-Community. Und dann geht das immer so weiter. Also ja, ein aktiver Bestandteil der Book-Community, wo auch immer, zu werden, ist definitiv immer auch die Ausgangslage dafür, dass man wahrscheinlich mehr lesen wird. Am Anfang nicht, weil man natürlich auch Zeit aufwenden muss, in der Community aktiv zu sein, Videos zu drehen, zu schneiden, hochzuladen oder Fotos zu machen, auf Bookstagram zu sein, dann natürlich auch Kontakt zu haben, also zu kommentieren und zu antworten und so weiter. Aber sobald das eingespielt ist, das war zumindest meine Erfahrung, geht das Lesepensum hoch. So, das war's. Ich weiß gar nicht, ob euch das helfen konnte. Ich habe einfach mal so geguckt, was so meine Tipps sind und was vor allen Dingen in meinem Leseverhalten dafür sorgt, dass ich so viel lese. Und vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei, was irgendwie interessant ist und euch anregt, mal zu überlegen, wie ihr mehr lesen könnt. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Das war's. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.